Ja, und über den riesigen Markt und die riesige Wundertüte möchte ich jetzt sprechen mit Ralf Brinkhaus. Er ist uns zugeschaltet aus Berlin und Vorsitzender der deutsch-indischen Parlamentariergruppe. Guten Tag, Herr Brinkhaus. Guten Morgen. Herr Brinkhaus, fangen wir mal so an. Eine große Nation im Wartestand, das ist Indien, aber im Prinzip auch irgendwie gefühlt schon sehr lange. Müssen wir wirklich mit den Indern jetzt rechnen wirtschaftlich? Ja, wir müssen mit den Indern rechnen und wir können mit den Indern rechnen. In Indien geht alles immer etwas langsamer als beispielsweise in China, aber dafür ist es sehr nachhaltig. Indien wird China überholen als das bevölkerungsstärkste Land und der Premierminister Modi hat ein sehr ehrgeiziges Entwicklungsprogramm aufgelegt und deswegen sollten wir dabei sein. Was ist es, was die Inder erstmal so mitbringen, wenn sie jetzt hier nach Deutschland kommen? Naja, die Inder bringen einen unglaublich großen Markt mit, aber die Inder bringen auch noch was anderes mit, eine sehr freundliche Einstellung zu Deutschland. Das heißt, in all den Kontakten, die wir mit Indern haben, ist eine große Freundlichkeit, ein großes Interesse da. Sie haben das im Vorbericht auch erläutert, die Chemie zwischen Modi und unserer Bundeskanzlerin stimmt und das sind gute Voraussetzungen dafür, dass man in ganz vielen Bereichen, nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, aber auch im wissenschaftlichen und kulturellen Bereich viel mehr machen kann als in der Vergangenheit. Was erwarten die Inder dann im Gegenzug von uns? Die Inder erwarten im Gegenzug von uns, dass wir unsere Technologie transferieren. Es besteht dort ein großes Interesse an den Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien, im Bereich der Abfallentsorgung, im Bereich der Abwassertechnik, aber auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Sie erwarten Direktinvestitionen von großen deutschen Firmen und sie erwarten auch, dass die Kooperation im militärischen Bereich enger wird, was in Deutschland nicht immer nur ganz unkritisch gesehen wird. Wie soll das aussehen, diese Kooperation im militärischen Bereich? Wie haben wir uns das vorzustellen? Naja, es geht auch darum, dass die indische Armee auch natürlich an Militärtechnologie Interesse hat und das muss man dann auch noch im Einzelnen ausverhandeln. Sie klingen jetzt sehr positiv. Wir haben aber auch gesehen, es gibt große Probleme, Stichwort Infrastruktur, Stichwort Verwaltung oder Korruption. Kann es sein, dass Sie das jetzt ein bisschen schönreden? Weil das ist ja nun schon auch eine Sache, das sind ja Sachen, die das Land schon seit Jahren im Prinzip behindern. Ja, Indien ist nicht einfach und das hören wir ja auch von den deutschen Unternehmen, die in Indien investieren, insbesondere von den Mittelständlern, die dort unter der Bürokratie ächzen, die Probleme haben mit der Energieversorgung. Es gibt Märkte, die noch geschlossen sind, das heißt, die für ausländische Investoren nicht offen sind und da bleibt eine Menge zu tun. Trotzdem, es lohnt sich. Es ist, glaube ich, richtig, dass wir unseren Blick mehr nach Asien wenden. Nicht nur wegen der aktuellen Entwicklung in den Vereinigten Staaten, sondern weil Asien insgesamt immer bedeutender wird. Und da wäre es falsch, alleine auf China zu schauen, weil ich denke mal, es macht immer Sinn, auf zwei Säulen zu bauen und Indien ist die zweite Säule in Asien. Und deswegen lohnt es sich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch, sich mit Indien mehr zu beschäftigen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Politisch möchte ja Indien gerne ständiges Mitglied in einem vielleicht erweiterten Weltsicherheitsrat werden. Halten Sie das für sinnvoll? Also da muss man nochmal getrennt drüber reden, aber es ist klar, dass die Länder wie Indien, wie aber auch China in verschiedenen Bereichen, in anderen Bereichen unterrepräsentiert sind. Das heißt, wir haben immer so dieses alte Weltbild, was geprägt war von Nordamerika und Europa und die Welt verändert sich. Asien wird ein Schwerpunkt sein und deswegen muss Asien auch mehr politischen Einfluss in den internationalen Gremien kriegen. Das heißt, ich höre aber so ganz begeistert, sind Sie von einem Sicherheitsratssitz nicht? Naja, ob das jetzt ein Sicherheitsratssitz sein muss, das ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, wir sollten Indien auf alle Fälle mehr aufwerten in den internationalen Gremien, in den internationalen Beziehungen, weil das Land auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle auch als Regionalmacht in Asien spielt. Und es ist gut, dass man diese Leute mit am Tisch hat. Was stünde einem Sitz im Sicherheitsrat entgegen? Naja, dass es immer schwierig ist, UN-Organisationen zu verändern, dass dann auch viele andere kommen werden und sagen, naja, wir möchten jetzt also auch mehr Mitspracherecht haben und dass das Ganze eine sehr ausbalancierte Konstruktion ist. Das heißt, so ganz trivial ist die ganze Geschichte nicht. Aber ich würde mich jetzt gar nicht auf den Sicherheitsratssitz da konzentrieren, sondern ich würde ganz einfach sagen, wir müssen Länder wie Indien, aber auch andere Länder aufwerten. Wir müssen Asien aufwerten und wir müssen als Europäer und auch als Deutsche unseren Blick nicht nur auf die andere Seite des Atlantiks wenden, sondern auch ganz speziell nach Asien. Kommen wir vielleicht zur Gretchenfrage in diesen Tagen. Wie hältst du es mit dem Trump? Wie ist das Verhältnis der Inder da? Was hören Sie da aus Indien? Also das ist schwierig einzuschätzen. Aber vielleicht eine andere Bemerkung dazu. Es wird jetzt immer gesagt, und das ging ja auch heute durch alle Medien, ja, dass jetzt China und Indien eine Alternative zu den Vereinigten Staaten sind. Das ist es sicherlich nicht. Also die Vereinigten Staaten bleiben für uns trotz Trump oder vielleicht auch gerade wegen Trump sehr, sehr wichtig. Wir sind sehr daran interessiert, dass die Sicherheitspartnerschaft bleibt, dass die Beziehungen gut bleiben. Die Vereinigten Staaten sind sehr, sehr entscheidend. Und deswegen ist es keine Frage des Odas, sondern es ist eine Frage des Uns. Und wir sollten uns klug verhalten. Wir sollten versuchen, gute Beziehungen mit den Vereinigten Staaten weiter aufrechtzuerhalten. Aber auf der anderen Seite sollten wir uns auch mehr konzentrieren darauf, dass wir in Asien, insbesondere in Indien, auch politisch mehr Fuß fassen. Ralf Brinkhaus war das Vorsitzender der deutsch-indischen Parlamentariergruppe. Herzlichen Dank nach Berlin. Gerne.